Hallo und herzlich willkommen meine lieben Freizeitstrategen hier zurück zu Kublai Khan. Wir belagern immer noch in Civilization 6 Bologna. Und jetzt haben wir inzwischen endlich mal schweres Gerät am Start. Aber bevor wir das einsetzen können, müssen wir noch ein, zwei andere Dinge tun. So, ich mache jetzt hier nochmal ein Handwerk, den kann ich auf jeden Fall auf lange Sicht brauchen. Wir werden auch in absehbarer Zeit endlich unsere Spezial-Cavallery-Einheit haben. Ich finde das halt echt ein bisschen spät, muss ich ganz ehrlich sagen. Ihr seht, es bringt eigentlich nichts, hier Siedler irgendwo noch hin zu bewegen. Also, zumindest auf der Map kam das jetzt hier echt ein bisschen spät. Und ich hatte echt Schwierigkeiten, da jetzt hier so schnell durchzuforschen. Kann sein, dass es bei euch schneller läuft, aber bei mir hat das nicht so gut geklappt. Und das obwohl ich eigentlich schon sehr, sehr früh auf... Ist okay. Ich brech das ab, das hat er schon mal gesagt. Also, ich schiebe es jetzt natürlich auch so ein bisschen auf das Land, dass ich hier ab einem gewissen Punkt keine großartigen Möglichkeiten mehr hatte. Denn wie soll ich denn viele Minen bauen, wenn ich de facto fast nur Flachland habe, ne? Das ist so ein Thema, vor dem man sich nicht so ein bisschen ohne weiteres verstecken kann. So, jetzt gehen wir mal da hin. Du gehst da hin. Und wirst in der nächsten Runde feuern. Du feuerst hier noch in diese Runde drauf. Hallo. Boah, wie ich das hasse. Ich kann doch einfach Rechtsklick machen. So, dann gehst du... Warte mal, wo kannst du noch hingehen? Du kannst bis da hingehen. Komm, ich schiebe es beide einfach mal da drauf. Und jetzt sind die hier zusammen. So, die Speerträger können jetzt angeblich ihre volle Kampfkraft einsetzen. Laut Beschreibung. Euch tue ich hier noch mal kurz einfach regenerieren lassen. Dich überspringe ich an der Stelle hier einfach. Du kannst auch nur übersprungen werden hier an der Stelle. Und die nächste Artillerie ist auf dem Weg. So. Wahrscheinlich wird aber schon eine reichen. Dann würde ich mal sagen, bauen wir noch das Monument. Lange, lange war es nötig. Ach ja, Sibirien. Ich weiß gar nicht, warum ich das überhaupt gemacht habe. Einfach aus Style-Gründen, wisst ihr. Weil es einfach passt. So, darauf habe ich gehofft, dass wir noch nie auf Beförderung bekommen, durch das Beschossen werden. Jetzt sägen wir mal da rein. Gucken, was wir da noch sehen. Und nun bitte ich die Artillerie mal, einen ordentlichen Rums hier zu machen. Das sieht doch schon mal nach ein bisschen was anderem aus hier. Du gehst jetzt hier raus. Du gehst jetzt da rein. Gut. Wir überspringen das hier. Den können wir jetzt upgraden. Kampfstärke gegen Kavalerieabwehr. Kampfstärke gegen Angriff. Kampfstärke beim Angriff von Fernkampf und Belagerungseinheiten. Genau dafür habe ich euch. So, dann werden wir uns AXU irgendwann auch nochmal wieder zurückholen. Wir bauen hier eine weitere Plantage rein. Wir müssen ja nicht überall solche Heine bauen. Reichen ja jetzt erstmal zwei. Beziehungsweise, ich muss mal gucken, der Heine könnte da oben ziemlich OP sein. Es sei denn, es gibt keine Anziehungskraft im ewigen Eis. Das ist etwas, was ich definitiv an der Stelle nicht vorhersagen kann. So, du feuerst. Weil, ist so. Zack. Ich glaube, das war die letzte Verteidigung. Verteidigung. Weitgehend. Jetzt schießen wir da nochmal drauf. Okay. Kann ich da jetzt angreifen? Oh Gott. Das bringt ja original gar nichts. Die machen ja hier echt nichts. Also, ich bin gerade schon echt ein bisschen enttäuscht. Ja. Warten, bis der Kollege halt da ist, ne. Stück für Stück rücken wir vor jetzt hier. Gehen hier in Bereitschaft. Warten hier auch noch. Ich gucke mir das nochmal an. Der Rambog, ne. Von der Beschreibung her. Für Speerträger. Gucken wir nochmal. Also, Rambog. Unterstützungseinheit der Antike. Wenn sie neben einer Stadt platziert wird, fügen angreifende Kavalerie-Abwehreinheiten, was ja Speerträger ist, sind der Stadtmauer den vollen Schaden zu. Aber halt nur der Stadtmauer, wie ich gerade sehe, ne. Nur der Stadtmauer. Da sind wir eigentlich schon zu spät. Komm, ich greife jetzt einfach mal an. Jetzt habe ich ihn extra hierher gefahren. Hat halt die Hälfte meiner Männer gefressen hier, ne. Hier könnte ich jetzt theoretisch dasselbe Spielchen spielen, aber damit warte ich noch so ein bisschen. Oh, wieder ein Weltkongress. Dieses Mal habe ich ein bisschen mehr Political Power am Start. Ach ja, Luxusgüter. Haben wir ja nicht. Das gewählte Luxusgut macht keine Annehmlichkeiten. Komm, Gewürze habe ich definitiv nicht. Wählt ein Ergebnis für die Resolution. Verdiene Doppelpunkte bei großen Persönlichkeiten. Hätte ich ganz, ganz gerne. Großer Wissenschaftler. Mehr mache ich nicht. Das sind noch keine wichtigen Entscheidungen. Okay, es gibt keine Punkte für Großer General. Finde ich okay. Keine gibt es für Salz. Das ist natürlich das, was ich bekommen hätte. Der Himmel hat die Bewohner von Bologna die Augen geöffnet, sodass sie sich dem treuen Anhängern der Ziegenreiter anschließen, obwohl sie momentan im Krieg mit der Mongolei sind. Was? Ich habe sie bekehrt. Na, das ist ja mal quasi schon mal ein Start. Okay. Dann schießen wir nochmal drauf. Bumm. Gehst du es hier mal weg? Wir werden in der Weile da jetzt drauf schießen müssen, glaube ich. Ja, dich überspringe ich. Bologna benutze ich hier jetzt noch. Es lohnt sich noch nicht hier anzugreifen. Ne, wir warten hier noch. Oh, ich kann hier nochmal ein Ding entsetzen. Ne, kann ich nicht. Darf ich ja nicht. Es ist ja... Oder, ne, warte mal. Ich muss gucken. Ist das überhaupt von der Anziehung her? Es ist von der Anziehung her leider. Aber hier kann ich das machen. Von der Anziehung her darf ich auf das... Ich kann es ja immer sehen, ne? Wenn halt Glauben entsteht, dann darf ich es nicht. Oder sollte ich es besser gesagt nicht? Gott, hier gibt es überall Eisen. Das ist ja echt Eisen City hier. Und was habe ich hier? Boah. Nahrung. Immerhin. Aber trotzdem. So, was machen wir denn hier noch weiter? Ich will mal gerade eben mal gucken. Wohin breiten wir uns eigentlich gerade aus? Ich verstehe nicht, warum wir uns dahin ausbreiten und nicht dahin. Ich frage nur, ne? Weil das wäre einfach so viel sinniger. So. Hierhin kann ich mich nicht ausbreiten. Eins, zwei, drei. Mehr geht nicht. Eins, zwei, drei. Geht nicht. Eins, zwei, drei. Also das hier bringt mir nichts. Aber das hier hat mir noch was gebracht. Damit kann ich jetzt den Kollegen auch dahin schicken. Und ich kann ihn auch dahin schicken. Anziehung hier ist halt einfach nur Durchschnitt. Anziehung hier ist Durchschnitt. Auch hier ist die Anziehung Durchschnitt. Also gut, ich kann hier, hier und hier Sachen bauen. Die drei Dinger kann ich benutzen. Für den Hain. Der Rest halt nicht. So. Aber was mache ich jetzt mit der Stadt? Ich mache jetzt ja auch keine, keine großen Generalpunkte mehr. Machen wir halt nochmal einen Speer. Und vielleicht nochmal einen Siedler nachher. Betonung auf nachher. Nicht sofort. So. Jetzt haben wir hier die Position bezogen. Und feuern uns aus allen Rohren. Naja, in dem Fall eher von allen Katapulten aus. Auf die Stadt. Die wird jetzt hier gleich keinen Spaß mehr haben, wenn wir hier eine Weile drauf halten. Vor allem, weil die Städte dann ab einem gewissen Punkt sehr viel mehr Damage bekommen. So. Du schießt natürlich auch noch drauf. So ungefähr so, naja, ab der Hälfte wird das sehr viel leichter, die runter zu ballern. Oh, der nächste Turn. Dann muss ich jetzt hier irgendwann nur noch stürmen. Sanadu wächst und seine Bewohner sind stolz auf ihre blühende Metropole. Sehr gut. Jetzt haben wir da zehn Leute drin. Öffentliche Verwaltung hat Fortschritte gemacht. Gut. Ähm, du kommst jetzt da drüben hin. Ich bin ernsthaft am Überlegen, diese Dös-Buddle hier aus der Truppe zu lösen. Zieh mal da hin, dass die da raus können und wieder da rein. Ich will erstmal nochmal schießen, bevor ich den Level ab hier mache, ne. Der muss warten. Jetzt kommt der springende Punkt. Na, ich könnte es hier mit der Kavallerie nochmal ranreiten. Das hat auch nochmal ein bisschen extra Schaden gemacht. Aber hier kann ich jetzt halt nicht mehr ran. So, wie gesagt, das hat große Fortschritte gemacht. Das hier hatten wir auch jetzt schon. Zwei Turns hier. Er ist jetzt da. Baut jetzt das Teil dahin. Wird ich überspringe ich. Du kommst jetzt auch in die Nähe von der anderen Seite. So wie es ursprünglich geplant war. Die schicke ich nachher hier noch einen Schritt hier rüber. Sollen andere sagen, was sie wollen. Aber die Blut des Mittelhauses begann mit der Entdeckung des Feudalismus durch die Mongolei. Und dem Steigbügel und dem Boden bat ich um Gnade. Und Gnade habe ich gefunden. Es ist vollbracht. Mit dem Feudalismus wuchs dem Menschen eine eiserne Rüstung, bis er im Kampf irgendwann einem Gürteltier glich. So, plus 50% Produktion für Nah-, Fern- und Kavallerie-Abwehreinheiten der Antike, Klassik und des Mittelalters und der Renaissance. Das ist jetzt geil. Das sollten wir ja machen. Neu ausgebildete Handwerker erhalten plus zwei zusätzliche Ausbauaktionen. Und Bauernhofmodernisierung erhalten jetzt plus eins Nahrung durch jeweils zwei angrenzende Bauernhofmodernisierungen. Und das wird ein bisschen schwieriger. Ich bin echt am überlegen, ob ich die Regierung wechsle hin zur Autokratie. So, das haben wir jetzt gemacht. Und wo ist das hier? Wo sind wir? Ne, schwere, leichte Kavallerieinheiten. Ne, ne, ne. Wo ist es denn? Da. Das da rein. Wir sind jetzt halt ein bisschen mehr kriegerisch als ursprünglich. Aber die Not macht halt nicht nur erfinderisch. Sondern manchmal auch aggressiv. Du hältst auch noch mit drauf. Das war schon mal ein heftiger Treffer. Ich glaube, dass die Schwertkämpfer das jetzt schaffen könnten. Zumindest. Ja doch, sie haben es nicht ganz geschafft. Das war knapp. Ärgerlich knapp. So, dann kannst du jetzt hier noch die Verbesserung machen. Dann kann ich eigentlich hier auch noch einen Bauernhof hin machen. Wissen, dann erhöht sich der Ertrag hier halt in Xanadu noch mal ein bisschen mehr. So, das Wichtige ist jetzt, dass wir hier diese wichtigen Sachen gemacht haben. Ich brauche hier immer noch zwei Campusbezirke, um das hier zu machen. Wir gehen jetzt auf Söldner. Das bringt nochmal einen weiteren Gesandten. Nachlass auf Einheitenverbesserungen. Handelsförderung. Kultur und Wissenschaft durch internationale Handelswege. Das ist der Plan, Freunde. So. Und jetzt kann ich ins Bauwesen einsteigen. Oder ich gucke mal, ob ich die Militärtechnik schon früher machen kann. Das ist eine Idee. Auf der anderen Seite das Sägewerk wäre auch nicht dumm. Ich muss ja sowieso durch. Für alles hier. Also machen wir das als allererstes. So, du bitte da hin. Der hier bekommt zwei weitere Aktionen. So, dann stehen wir da aber auf der anderen Seite wiederum. Oh, oh. Xanadu hat da Kaff. Entschuldigung, Axu. Also wir werden Axu angreifen müssen, ne? Komme ich nicht drumrum. So, Feuer mal drauf. Ich will jetzt allen hier die Möglichkeit geben, hier nochmal XP zu machen. Ja, dir gebe ich jetzt erstmal das Level ab. Du hältst ja noch drauf. Also wenn der nicht gesessen hat, dann weiß ich auch nicht. Und jetzt macht ihr bitte den Job hier zu Ende. Mann, ist der leicht zu triggern, ey. Ich sehe schon, wir werden mit ihm Stress bekommen. So, wir haben die Ausrichtung Geschichtsaufzeichnungen verbessert hier. Die Stadt werden wir natürlich behalten. Und damit, ja, erstmal das Monument reparieren, würde ich sagen. Jetzt geht es hier drüben weiter. Viele meiner Truppen dürfen jetzt hier erstmal regenerieren. Du bleibst hier gerade eben nochmal ein Törnchen. Du gehst da hin, machst einen Bauernhof hin und du machst da noch einen Bauernhof hin. So, das hat die jetzt hier alle sehr, sehr stark verbessert, würde ich mal behaupten. Guck mal, eigentlich müsste sogar der hier verbessert sein. Bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt hier so geklappt hat. Theoretisch könnte ich hier auch noch einen Bauernhof hin machen. Ab jetzt können wir aber auch hier andere Dinge machen. Ein Diplomatenviertel. Gibt mehr diplomatische Gunst, mehr Gesandte. Brauchen wir das wirklich als kriegsführendes Volk? Ich sage nein. Wir brauchen aber auch mehr Annehmlichkeiten. Das heißt, dass sowas wie ein Theaterplatz hier mal echt sinnvoll wäre. Das hier wäre ein ziemlich guter Theaterplatz. Der Regierungsplatz ist auch vorteilhaft. Genauso wie der angrenzende Bezirk. Also die zwei hier sind vorteilhaft. Komm, ich baue hier den Theaterplatz hin. So, die Geschichteaufzeichnung war das. Hauptstadt erobert. Bologna. Bologna wurde besiegt. Vulkan wird aktiv. Das muss mich aber nicht wirklich interessieren. Oder belästigen. So, und jetzt gehen wir mal schon mal mit den ersten Truppen spähen. Denn wie gesagt, ich akzeptiere nicht, dass mir das hier verloren gegangen ist. Das holen wir uns zurück. Mit maximaler militärischer Gewalt. Der Vogelmann ist bipolar. Ich weiß nicht genau, was sie dann treibt. Aber es ist sicherlich nichts Legales. So, du gehst da runter und späßt das hier schon mal aus. Du kannst tatsächlich auf den hier schon mal schießen. Ich reite hier schon mal hin. Um zu zeigen, dass ich da bin. Ihr könnt auch noch ein Level-Up machen. Kein Malus beim Kampfstart gehören. Fortbewegen durch Angriff durch Meer oder Fluss. Jawohl. Marine-Soldaten. So, dann rücken wir jetzt hier auch mal vor. Ich will, dass jetzt hier erstmal alle reingehen. Und so schnell wie möglich sich erholen von ihrem harten Los. Die hat auch noch ein Level-Up. Sehr gut. Jemand hat eine Sondersitzung beantragt. Oh Gott, das ist garantiert so eine Notfallsitzung gegen mich. Wegen der Eroberung. Ich ahne es. Ich habe da so ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Ich könnte hier noch einen Bogenschützen rein rekrutieren. Einfach nur aus Vorsicht. Ich traue nämlich dem Deutschen da unten nicht. Kein Stück traue ich dem. Ich gucke gerade eben. Kann ich hier nochmal ein Stück Land kaufen? Kann ich? Ich gucke mal, wie ich jetzt hier tatsächlich massivst für Nahrung gesorgt habe. Warum ist da keiner am Start? Das ist mir echt lieber so. Das bisschen Glauben, das können sie später machen. Aber das hier soll auf jeden Fall gemacht werden. Das hier sind die Pflichtfelder, Freunde. Die absoluten Pflichtfelder. Da, wo Nahrung gemacht wird. Vielfach witzig, ne? Dass die Leute hier für so chillen. Hier de facto mir was produzieren. So. Der Burgner ist fertig. Da kann ich nicht angreifen. Den Burgner bewege ich da hin. Den kann ich nicht weiter bewegen, leider gerade eben. Nächster Turn. Ich überbringe von Herzen meine Gratulation, dass euer Volk so produktiv ist. Cool. Ui. Lol. Tja, meine sind besser, ne? Weltkongress-Sondersitzung. Es war so klar. Kürzliche Ereignisse erfordern die Aufmerksamkeit des Weltkongresses. Die Frage ist, wer würde da jetzt halt mitmachen? Ich glaube, der Deutsche würde nicht mitmachen. Wer würde da überhaupt mitmachen? Einheiten im Territorium. Also gut. Sie wollen halt jetzt quasi gegen mich einen Krieg erklären. Zielhandelswege zur Stadt starten, gewähren. Plus zwei Gold pro Runde. Das. Also die Gegner haben plus 20 Loyalität pro Runde in der Zielstadt. Alle Mitglieder haben untereinander Frieden, offene Grenzen und geteilte Sichtbarkeit. Alle Mitglieder führen Krieg gegen das Ziel. Kann ich dafür sein? Verdammt. Ich bin mal gespannt, wer mitmacht. Ich bin aber nur so pauschal dagegen. Ich würde auch gar nicht wissen, wer das eingereicht hat. Es wurde abgelehnt. Friedrich war auch dagegen. Der Kmäher war dafür. Hat sich aber auch nicht so richtig ins Zeug gelegt dafür. Wie geil. Okay. Ich glaube, dann werde ich mich einfach mal um die Kmäher kümmern, bevor aus ihnen die roten Kmäher werden. Ich möchte hier nicht ins... Ich möchte hier nicht niedergeritten werden. Jetzt muss ich die Artillerie hier ran bewegen, ey. Das... Das wird ätzend. Währenddessen hier meine Truppen eigentlich noch am Regenerieren sind. Eieiei. Ich hole mal den Schwertkämpfer hier rüber. Der kann mich auf jeden Fall erreichen. Das ist ein Problem. Ich kann nur versuchen, sie schon mal zu schwächen. Meinen Armbognern. Bereitschaft. Ich bleibe hier einfach stehen. In der Defensive. Okay. Das hier habe ich schon kultiviert. Das Salz und das Silber habe ich noch nicht. Das habe ich auch noch nicht geholt. Den Steinbruch. Hier fehlt Wohnraum. Aber die sind auch gleich fertig. Jetzt bin ich gespannt. Also, wir haben... Nur Krieg gegen Axu. Da muss ich ganz ehrlich sagen. Da hat mich der Deutsche aber rausgeboxt, ne? Der Deutsche als Friedenswächter. Wie süß. Ich gucke mal, was der hier alles so hat, ne? Will ich jetzt natürlich wissen. Dann schießen wir die einfach mal über den Haufen. Sehr gut. Du gehst hier an Land. Dann reiten wir da mal hin. Da habe ich ja noch mehr Reiter gefunden. Gehe ich da hin. Gehe auf Defensive. Bogenschütze hier hin. Artillerie hier hin. Noch eine Artillerie da hin. Die gesamte Armee jetzt da hin zu bewegen. Das wird ein Kraftakt wie nochmal was. Ich wassere ihn hier und gehe dann da an Land. Ja, Annehmlichkeiten. Aber die wird es im ewigen Eis nur schwer finden, Freunde. Ich will echt gerade mal gucken, ob ein Schutzgebiet kein geeigneter Standort. Ja, die haben da oben, glaube ich, einfach keine... Das ist alles nur Durchschnitt. Das ahne ich jetzt schon. Durchschnitt und schlechter. Hier wäre was gewesen. Hm, schade, schade. Der einzige Ort, wo es halt noch echt hübsch ist, ist hier. Wobei, das hat sich ja auch verändert. Wow. Also ich finde es verdammt schwer, mit diesen Hainen zu arbeiten. Weil ich den Eindruck habe, dass diese Gebiete halt sich sehr, sehr schnell entfernen. Das ist echt nicht cool. Okay. Ähm. Mir wird noch eine zweite heilige Stätte empfohlen. Hier zum Beispiel. Das ist ja ideal. Das ist ja ideal. Direkt hier neben diesem Wunder. Als nächstes reparieren wir den Kornspeicher. Und werden uns jetzt Axum mit Gewalt wiederholen. Der Deutsche will offene Grenzen. Das kann ich dir nicht geben, mein Bester. Ich kann dieses Objekt als inakzeptabel... Äh... Ähm... Ne, ich finde das eigentlich okay. Ich brauche ja irgendeinen Verbündeten. Jetzt habe ich die offene Grenzen mit dem Deutschen. Der hat mich gerade rausgepuckst. Gegen die bösen, bösen Kmäher. Autsch. Ja, ich sehe schon. Das wird hart. Meine Reiter müssen sich hier zurückziehen. Schaffe mit dem Herzen. Baue mit dem Geist. Das werden wir noch tun. Aber erstmal gucke ich mir mal an, was die Kmäher hier so treiben. Also für so ein angeblich friedliebendes Volk sind sie... Haben sie sehr viele Soldaten. So. Ich ziehe dich mal zurück. Zum Heilen. Ich ziehe dich mal... ...ebenfalls zurück. Aber erstmal will ich die hier ranmarschieren lassen. Wie gesagt, das waren bis jetzt nur Späher von mir, ne? Die eigentliche Armee kommt ja erst noch. Ich muss die da an Land holen. Weil hier sind sie komplett verloren. So. Wieder ein Distrikt fertig gebaut. Wir sind bei 57 Punkten. Diverseste Naturkatastrophen. Oh, und ich sehe gerade eben... ...ich habe die Zeit vergessen. Tja, one more turn. Ist mal wieder voll am Start, ne? Jetzt wollen wir uns die Armbrust schützen, Leute. Muss auch mal sein. Komm, das hier machen wir noch ganz schnell. Jetzt wird es Zeit hier für das Monument. ...in diesem Gebiet hier. Und ansonsten... ...würde ich einfach mal sagen... ...danker für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Wenn wir uns AXO zurückholen. Tschüss und Ade.